Entschuldigung, machen Sie mal bitte einmal ganz kurz Fenster runter. Einmal Fenster runter, bitte. Jo, was gibt's? Alles gut? Was ist denn? So, Hallöchen erstmal. Können Sie mal vielleicht ganz kurz die Assi-Musik ausmachen? Die kotzt mich ja jetzt schon an. Das ist keine Assi-Musik, das ist Jizzus. Aber ist ja auch egal. Was wollen Sie jetzt von mir hier? Jesus, oh Gottes Willen, der hört die Musik von Jesus. Das sagt ja schon alles über Sie aus. Ja gut, wie auch immer. Warum ich eigentlich hier stehe? Ich möchte nicht großkotzig oder so sein, ne? Also, ne, unter Nachbarn so. Aber Sie stehen hier im Halteverbot. Ja, das tue ich, weil ich ganz kurz auf meinen Kumpel Hussein warte. Der kommt gleich raus. Der wohnt hier. Das ist schön für Sie und den Hussein. Aber schauen Sie mal da drüben. Schauen Sie mal da drüben. Da ist ein Parkplatz frei. Fangen Sie mal ganz kurz ein für die fünf Minuten. Packen Sie mal da drüben ein. Da ist ein Parkplatz frei. Und wenn der Parkplatz... Warte mal, warum machen Sie das Fenster zu? Ähm, ich hab einfach keinen Bock auf so eine Scheiße. Ich sag Ihnen mal eine Sache. An Ostern muss man für Sie keine Eier verstecken, weil Sie erst mal Ihre eigenen wieder suchen müssen. Alles klar, Sie Semmelbirne. Jetzt fangen Sie auch noch an, mich zu beleidigen. Kein Problem. Ich ruf die Polizei. Das ist kein Ding. Alles gut. Rufen Sie doch die Männer im Blauen. Die haben richtig Bock auf Leute wie Sie. Guten Tag, Schröder mein Name. Ich werd hier gerade bedroht von einem Falschpacker. Könnten Sie kurz vorbeikommen?